Liebe Mitglieder und liebe Freunde des VDMB, es gibt einen Grund zum Feiern. Der VDMB wird heuer 75 Jahre alt. Das sind 75 Jahre, in denen unsere Industrie viele Herausforderungen zu meistern hatte. Die Branche, die Druck- und Medienunternehmen haben sich in dieser Zeit immer wieder versandt verändert. Und mit ihnen auch der VDMB. Das ist gut so, denn nur Veränderungen ebnen den Weg in eine erfolgreiche Zukunft. Natürlich nur, wenn man sie annimmt und wenn man sie auch aktiv gestaltet. Heute sieht die Branche ganz anders aus als in den Nachkriegsjahren. Sie ist schneller, effizienter, digitaler und auch internationaler geworden. Geblieben ist allerdings in all den Jahren eines. Das Bedürfnis der Unternehmer, sich mit interessierten Kollegen auszutauschen und so der Branche eine kraftvolle Stimme zu geben. Dieses gelingt gemeinsam viel besser als im Alleingang. Das war vor 75 Jahren so und ist heute nicht anders. Nur sind die Herausforderungen für die Unternehmen größer und vielfältiger geworden. Und deswegen ist der Verband heute für seine Mitglieder mindestens so wichtig wie vor 75 Jahren. Was den VDMB so besonders macht, ist die tiefe Verbundenheit der Menschen in den Unternehmen mit ihrem Verband. Der enge Austausch, die Wertschätzung, das Vertrauen und die vielen persönlichen, auch freundschaftlichen Momente sind das starke Fundament unserer Arbeit. Das schätzen wir, das pflegen wir und darauf sind wir auch stolz. Mit unseren Mitgliedern eine großartige Gemeinschaft zu bilden und uns allen ein Stück Heimat der bayerischen Druckindustrie zu geben, ist für uns Ansporn und Freude zugleich. Gemeinsam mit Ihnen kämpfen wir auch zukünftig für die Bedeutung des gedruckten und für eine starke Druckindustrie hier in Bayern. 75 Jahre VDMB sind also in Wirklichkeit Ihr Jubiläum. Ich darf Sie daher hier herzlich auf unseren Jubiläumsseiten begrüßen. Hier wollen wir Ihnen in Bild, Ton und Wort zeigen, was unsere Branche so besonders macht. Erleben Sie mit uns 75 spannende Jahre VDMB.